Der Zweck heiligt die Mittel. Woran denkt ihr, wenn von russischen Filmen die Rede ist? Und nein, Torkowski zählt nicht, der steht über den Dingen. Denkt ihr an die Wächterfilme auf Grundlage der fantastischen Bücher? Oder an hochbudgetierte War Movies wie Stalingrad oder das Epos Krieg und Frieden? Nein? Na gut. Entweder denkt ihr gerade an Baba Yaga in Feuer, Wasser und Posaunen. Oder ihr denkt, russische Filme? Machen die nicht nur Billigschrott, den sich kein Mensch angucken kann? Ja, ja und ja. Alles richtig. Doch wo Schatten ist, da gibt es manchmal auch Licht. So zum Beispiel bei dem Film, den ich heute besprechen möchte. Doch bis wir soweit sind... Ahoi hoi und willkommen zu Rolls Filmkritiken. Jetzt sind wir soweit. Superdeep war wieder einmal eine hervorragende Empfehlung vom Kai und hat mich die anderthalb Stunden, die er geht, einmal quer durchs Wohnzimmer und wieder zurückgejagt. Eine kleine Triggerwarnung. Wer an Mykophobie leidet, sollte den Film nicht ansehen. Wer aber wie ich mit David Cronenberg aufgewachsen ist und Body Horror mag, nicht zu verwechseln mit Body Horror, der Versprecher in einem früheren Video ist mir immer noch peinlich. Ja, wer Body Horror mag, der kommt in Superdeep definitiv auf seine Kosten. Im Original heißt der Film übrigens... Kulska Sviergloboke. Und ich glaube, ich werde ihn ab jetzt im Video nur noch so nennen. Die beiden Worte gehen mir leichter von den Lippen als gedacht. Doch worum geht es in... Kulska Sviergloboke. ...überhaupt? In einem geheimen Forschungslabor geht gewaltig etwas schief. Eine Impfwissenschaftlerin wird mit einem Team dahin geschickt und soll Proben organisieren von... ...an was auch immer dort gearbeitet wurde. Und wenn wir dieses... ...an was auch immer dort gearbeitet wurde, beziehungsweise dessen Auswirkungen zu Gesicht bekommen, dann sind das gleichzeitig auch enorm gute Effekte. Der Film hat gerade einmal 2 Millionen Dollar gekostet und braucht sich vor anderen Werken wie... oder wie ich lernte, die Multiversen zu lieben, nicht zu verstecken und sieht im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend aus. Denn an manchen Stellen ist mir wirklich die Luft im Halse stecken geblieben. Wer nach Cronenbergs Naked Lunch immer noch Hunger hatte, der soll sich mal... Kulska Sviergloboke geben. Der Body Horror ist ähnlich erschreckend. Interessanterweise haben beide Filme eine FSK 16. Was ich übrigens auch nicht erwartet hätte, ist die herausragend gute Synchro. Aufgrund meiner miserablen Russischkenntnisse aus dem Schulunterricht, bei einer Lehrerin, die weder mich noch die ich mochte, habe ich Superdeep... äh, ich meine natürlich... Kulska Sviergloboke auf Deutsch gesehen. Und hier möchte ich nochmal kurz das Budget zur Sprache bringen. 2 Millionen sind nicht viel mehr als die Kosten einer Tatortfolge. Eigentlich extrem wenig für einen Actionfilm. Nun muss man aber wissen, dass... Kulska Sviergloboke sowohl in Russland gedreht als auch produziert wurden ist und Arbeitslöhne auch in Visual und Practical-Effect-Studios in Russland sehr niedrig sind. Deshalb haben bereits die Wächterfilme nur 4 Millionen pro Stück gekostet und sehen hinsichtlich der Effekte und des Set- und Produktionsdesigns fast genauso gut aus wie AAA-Filme mit gleichem Erscheinungsjahr. 2 Millionen sind für eine russische Produktion sogar extrem viel. Wenn man mal von so einem Mammutprojekt wie Stalingrad absieht, welches 30 Millionen verschlang und damit abstrahiert auf einer Stufe mit Hollywood steht. Allerdings kostet eine deutsche Synchronisation immer gleich viel. In einem Fall wie Superdeep... Ähm, sorry, aber ich habe keine Lust mehr das Audio-File reinzuschneiden. Das war von Anfang an eine dumme Idee. Vielleicht lasse ich den ganzen Quatsch nicht mal im Video. Na jedenfalls ist in einem Fall wie Kulska Sviergloboke die Synchro sogar grundsätzlich etwas teurer, weil zum einen keine Rahmenverträge mit Ateliers oder Sprechern bestehen und zum anderen auch keiner vom Verleih vor Ort ist. Und das Kulska Sviergloboke trotzdem so fantastisch klingt, hätte ich nicht erwartet und muss man hervorheben. Beim Thema Klang würde ich übrigens auch gern bleiben, denn sowohl das Sounddesign als auch die Musik können sich hören lassen. Es knallt, es trönt und hämmert und auch in ruhigen Szenen, in denen übrigens keine Musik ertönt, werden trotzdem alle Aktionen mit klaren Alltagssounds aus der Konserve aber passend gewählt und ermalt. In den Action-Szenen dreht die Musik aber auf und wird dabei auf clevere Weise manipulativ. So passt sich zum Beispiel der Beat in einer Ekelszene genau an das Klopfen eines aufgeregten Herzens an und überträgt sich auf den Zuschauer. Hinzu kommt eine kreative Kamera, die den Horror aus cleveren Perspektiven einfängt. Das Produktionsdesign sieht auch richtig gut aus. Das Forschungslabor ist authentisch eingerichtet, die Soldaten haben Uniformen mit einem markanten Color Grading und man lässt sich nicht lumpen, auch für nur kurze Sequenzen detailreiche Sets zu bauen. Und der, ich sage mal Bösewicht, ist so widerlich und terrorerzeugend in Szene gesetzt, dass man seinen Hut ziehen muss. Ich fand den Film fantastisch und kann in keiner Weise nachvollziehen, weshalb er beim Publikum sowie bei Kritikern nicht gut ankam. Eine 4,9 auf IMDb hat er nicht verdient. Ich gebe ihm, ohne schlechtes Gewissen, 8 von 10 Punkten. Selbst wenn ich mich anstrenge, finde ich kaum Negativpunkte. Sicher sind die Schauspieler ausbaufähig. Zum Beispiel gab es eine Szene, die dann doch unfreiwillig komisch wirkte. Ein Soldat desinfizierte eine Frau und offenbar verpasste er seinen Einsatz oder die Frau actete zu schnell. Jedenfalls dreht sie sich um und während sie das tut, brüllt der Soldat, umdrehen. Aber das ist nicht störend, sondern irgendwie sogar charmant. Und klar kann man dem Film vorwerfen, dass die wenigen Frauen, die es gibt, allesamt auch modded sein könnten und nicht gerade wie Wissenschaftler anmuten und einige der Soldaten das pure Klischee darstellen. Doch darf man nicht vergessen, dass jedes Klischee auf einer Beobachtung mit statistischer Signifikanz fußt. Außerdem fand ich die Charakterzeichnung durchaus passend und die Handlung spannend und interessant. Was übrigens der Grund ist, weshalb ich auf diese nicht weiter eingegangen bin. Aber sie ist definitiv eine Stärke, denn man weiß oft nicht, was als nächstes passieren wird und manche Szenen lassen sich nur mit einem Wort beschreiben. Trippy Zwar wurden einige Elemente aus bekannten Filmen übernommen, so gibt es zum Beispiel einen Erzählkniff, den wir aus der Soldat James Ryan kennen und die Musik nutzt ganz eindeutig Tonfolgen aus Blade Runner. Aber da beides hervorragende Filme sind, sage ich, besser gut kopiert als schlecht kreiert. Denn in seinen besten Momenten erinnerte mich Superdeep an eine Mischung aus Event Horizon und Das Ding aus einer anderen Welt mit vielen eigenen kreativen Ideen garniert. Von mir bekommt Kulskas wird gluboge Acht von Zehn? Hoppla, das hatte ich ja schon. Und den Autoschnipsel wollte ich auch weglassen. Tja, so wie es aussieht, bin ich erheblich mehr B- oder C-Movie als Superdeep. Oder nennt man es Trash? Wie auch immer man es nennt, Superdeep ist es nicht. Der ist nämlich spitze und ich für meinen Teil habe einen unstillbaren Hunger auf ihn bekommen. Was? Schon zu Ende? Schau dir doch noch ein anderes Video von Rolf an. Schau dir doch auch noch mehr B- oder C-Movie als Superdeep. Untertitelung des ZDF, 2020